Was ist die Olympiade? Die Olympiade ist nur alle vier Jahre und von dem her einer der grössten Events und auch sicher schönsten und wichtigsten Events von jedem Sportler. Von dem her ist das eigentlich sicher der grösste Event, wo ich auch teilnehmen werde oder dabei sein kann. Von dem her freue ich mich eigentlich mega und ich bin mega gespannt, wie auch die ganze Atmosphäre wird im Vergleich zum Klassiker oder einer grossen Langsrundfahrt.